Servus liebe Trader, heute möchte ich euch in einem kurzen Video zeigen, wie ihr nicht mit dem klassischen Trading Desk, so wie ihr ihn hier jetzt gerade seht, sondern mit unserem neuen Charting-Tool spannende Wachstumsaktien nach der Strategie von William O'Neill finden könnt. Ich möchte euch auch einige versteckte Tools und Funktionen näher bringen, die euch dabei helfen, eure tägliche Screening-Routine zu optimieren. Wie kommt ihr dorthin? Also prinzipiell braucht ihr, wie auch für den klassischen Trading Desk, das Standard-Abo zur Börsensoftware. Aber dann gilt wie immer, einfach mit dem Cursor über das TraderFox-Logo ganz oben links gehen und dann finden wir hier auch unter Charting, unter charting.traderfox.com das neue Tool, das ich euch zeigen möchte. Prinzipiell sieht es mal sehr ähnlich aus, der große Vorteil sind aber hier neue Schaltflächen, die hinzugekommen sind, wie hier zum Beispiel rechts standardmäßig die Marktübersicht. Da kann ich mal die verschiedensten Indizes immer sofort durchschalten, habe sofort immer auch die Chartbilder dazu. Jetzt gibt es aber eben auch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel auch das Morningstar Datenpaket hat, hier direkt auf Aktien Rankings, das führende Screener Tool zuzugreifen und dann nicht nur eigene Strategien reinzuladen, eigene Templates, sondern zum Beispiel auch vorgefertigte, wie eben Wachstumswerte nach William O'Neill. Ich mache das jetzt einfach hier mal, klicke dann hier auch einfach auf Scan und dann werden automatisch vom US-Markt die besten Wachstumswerte herausgefiltert. Ich habe hier jetzt eben die Aktien auf der Liste oben drauf und kann aber hier auch sofort Filter hinzuschalten, wie zum Beispiel technische Indikatoren, Abstand vom Hoch. Ich kann hier auch natürlich mehrere auswählen, kann auch sagen zum Beispiel, welche Aktien haben denn gerade aktuell auch die überzeugendste relative Stärke, also welche präsentieren sich im angespannten Marktumfeld besonders bullish. Ich nehme jetzt einfach hier mal das Hoch und dann kann ich hier auch mit einem Linksklick drauf sofort den Absteigen der Reihenfolge sortieren. Der große Vorteil, wie gesagt, wenn ich jetzt hier auf den Namen der Aktie draufklicke, sehe ich sofort, okay, wo gibt es neue Breakout-Kandidaten, ich kann das hier sofort mit den Chartbildern verknüpfen. Eine versteckte Funktion vielleicht auch, ganz gerne machen es Aktien ja so, vor allem Wachstumsaktien, dass sie immer wieder zum GD50 zurücksetzen. CF Industries Holdings zum Beispiel ist so ein Kandidat, der jetzt gerade wieder mit einem Ausbruch auf neue Hochs die Trendfortsetzung einleitet. Ich kann hier zum Beispiel auch direkt Indikatoren hinzuschalten, wie einen gleitenden Durchschnitt, wähle ich hier einfach aus, da mit einem Linksklick und sage zum Beispiel, die letzten 50 Handelstage möchte ich den GD haben. Und ja, Wachstumswerte machen sie eigentlich ganz gern, immer wieder mal zum GD50 zurücksetzen und dann wieder die Aufwärtsbewegung fortsetzen. Es gibt hier jetzt die Möglichkeit auch, gleitende Durchschnitte als Alarm einzustellen. Ich wähle den GD einfach mal wieder aus, kann zum Beispiel hier auch die Farben einfach ändern und dann gibt es hier eben dieses Wecker-Symbol und wenn ich draufklicke, bekomme ich sofort das Feedback-Alarm erstellt und dann werde ich so wie bei einem klassischen Kursalarm, den ich hier auch reinlegen kann, wenn die Marke überschritten, unterschritten wird, eben mit dem gleitenden Durchschnitt auch sofort per Push-Notification oder eben hier am Charting-Tool direkt, also per App oder im Browser informiert. Es gibt auch die Möglichkeit, diesen Kursalarm nicht nur als einmaligen Alarm festzulegen, sondern unter den Einstellungen, dem Zahnrad-Symbol, wenn ich den GD ausgewählt habe, auch einen Daueralarm einzustellen. Das heißt hier Einmal-Alarm einfach auf Ausstellen, dann ist er durchgehend aktiviert und jedes Mal, wenn der GD mehr oder weniger berührt wird, dann bekomme ich wieder eine Nachricht und bin so optimal auch immer informiert bei meinen Favoriten. Ist aber zum Beispiel auch ein spannender Kandidat gerade, weil man ein führender Anbieter von Airphosphat und Stickstoffdüngemitteln ist. Jetzt natürlich durch die Sanktionen fallen wichtige Exporteure wie Belarus, Russland oder natürlich durch die Invasion auch die Ukraine weg. Der Bedarf ist sehr groß im Agrarbereich, die Preise steigen, entsprechend kann auch hier eine CF Industries jetzt weiterhin zu den Bullen am Markt zählen. Es gibt aber noch weitere spannende Kandidaten. Ich kann hier einfach die Liste durchgehen. Ein Kandidat, den ich zum Beispiel auch ganz genau unter Beobachtung habe gerade, ist eine GoGo. Das ist ein sehr spannender Kandidat. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel auch einen Vorteil des Charting-Tools. Es wird zum Beispiel eine Chart-Analyse von mir, die ich erstellt habe, sofort auch hineingeladen. Ich kann die auch immer sofort rauslöschen. Einfach hier auf den Papierkorb auf die Mülltonne klicken. Ich kann es aber auch immer hineinladen, wenn es gerade noch nicht verfügbar ist. Einfach hier auf das Order-Symbol. Dann wird mir zum Beispiel hier Charts nach Aktie, meine letzte Analyse zu GoGo angezeigt. Oder je nach Datum die letzten Titel. Da habe ich zum Beispiel auch Twitter als Rebound-Chance gerade aufgegriffen. Ich kann hier GoGo aber sofort auch wieder hineinladen. Abspeichern funktioniert genauso. Einfach hier auf das Wolken-Symbol klicken. Ihr könnt hier immer auch Textfelder hinzufügen, Test, farblich verändern und so weiter. Da sind euch keine Grenzen gesetzt. Spannender Kandidat, der jetzt den Big Picture Breakout vorbereitet. Man sieht hier kurzfristig ein wenig überkauft. Ausschlaggebend für den neuen Impuls waren hier vor allem die Q4-Zahlen. Und auch das kann ich hier sehr gut feststellen. Es gibt nämlich die Möglichkeit, News und Events immer sofort hineinzuladen. Zum Beispiel hier mit dem News-Crawler. Ich aktiviere ihn einfach mal. Dann wird mir hier zum Beispiel unter dieser grünen Candle ein 7er angezeigt. Ich lösche das jetzt hier nochmal kurz raus, dass wir es besser sehen. Und wenn ich auf diesen 7er draufklicke, geht die News-Box auf und sehe hier sofort, die Aktien steigen um 17 Prozent, nachdem es besser als erwartete Quartalsergebnisse gegeben hat. Ich kann es immer sofort auch anklicken, um zur Quelle zu kommen. Und bin dann immer auch sofort informiert, gibt es Nachrichten, die den Kurs treiben. Und kann das hier auch mit wenigen Klicks immer sofort in Screening einbinden. Ihr seht schon, ich habe standardmäßig auch GDs hier drinnen. Wie man Konfigurationen erstellt, gibt es in gesonderten Videos die Anleitung. Ich kann hier aber zum Beispiel auf diese Konfiguration draufklicken, wie mein Trend-Template. Und kann das zum Beispiel nach der Strategie von Marc Minavini auch immer sofort direkt einblenden. Ihr seht schon, das ist eine sehr sinnvolle Erweiterung, um eben zum Beispiel Screener-Tools wie Aktien-Rankings mit dem klassischen Trading-Desk zu verbinden und so die Screening-Prozesse nicht nur zu optimieren, sondern vor allem auch zu beschleunigen. Man wird hier auf spannende Breakout-Kandidaten aufmerksam. Und ich lege mir hier jetzt einfach nochmal einen Kursalarm hinein, bei einer Go-Go zum Beispiel, damit ich hier über diesen Breakout-Versuch sofort informiert werde und diese Trading-Chance auch nicht verpassen kann. Es gibt hier derzeit sehr viele interessante Kandidaten, zum Beispiel auch der Spielzeughersteller Mattel, der zuletzt nach Zahlen den Big-Picture-Breakout auch gestartet hat, jetzt gerade versucht, ihn mehr oder weniger zu verteidigen. Da gab es zuletzt auch sehr überzeugende Ergebnisse und es lohnt sich hier einfach mal durchzuklicken. Auch eine Broadcom finde ich jetzt gerade spannend. Da könnte es auch zeitnah wieder zum Breakout kommen. Gerade die Data-Center-Stocks sind gerade sehr bullish. Man liefert zum Beispiel spannende Produkte wie die Tomahawk 4-Chips, die zum Beispiel bei Meta-Plattforms in den Rechenzentren eingesetzt werden und die Investitionen in diesen Bereich nehmen hier zu. Wir sehen das zum Beispiel auch bei Aktien wie Arista Networks, eine Firma, die Router und Switches bereitstellt für die Data-Center und auch hier von einer guten Auftragslage profitiert. Hier gab es auch gerade wieder einen neuen Breakout und da gibt es auch eben die Möglichkeit, Trendlinien-Alarme zum Beispiel reinzulegen in den Chart. Ich zeige es nur mal ganz kurz her. Mal angenommen, die Aktie wäre hier jetzt noch nicht ausgebrochen, ziehe hier einfach eine Trendlinie, mache einen Rechtsklick, wie immer das Wecker-Symbol und auch dann habe ich einen Kursalarm, sobald hier dieser Breakout gestartet wird. Schaut euch das Ganze einfach mal an. Es gibt hier noch weit mehr Funktionen, die ich in weiteren Videos nach und nach vorstellen werde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Screenen und dann natürlich viel Erfolg mit euren Trades. Vielen Dank.